bist du so du hättest gerne resen da was fällt jetzt resen da 50 stück ist okay dann gucke ich kurz wie die einstellung bei dem da oben ist wenn wir mehr haben als 100 im system nimmt er sich welche wie mache ich das am besten ich könnte den jetzt einstellen das ist der baum produzent dass der baum produzent nur welche nimmt wenn wir unter 100 sind ja und der andere dass wir über 100 sind das heißt primär wird das plastik hergestellt wenn irgendwann kein plastik mehr hergestellt werden kann weil nur noch 100 im system sind dann werden die restlichen 100 die im system sind zu bäumen gemacht problem ist dann nur jedes mal wenn resen reinkommt werden aus bäume gemacht es geht nicht so wirklich auf ich reiße das ding einfach ab weil bäume haben wir gelernt sind doof und wir haben jetzt einen puffer an bäumen das sollte reichen macht das ja aus 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 und wir stellen das unten einfach so ein dass er so lange rein werfen soll bis nur noch zehn übrig sind damit immer zehn resen auf vorrat haben also du bitte resen wenn mehr als zehn da sind dann arbeitest du stinke module da kriegst einmal in resen arbeitest du eine weile das heißt wir haben es doch genug von dem rubber das war rubber und nicht plastik richtig richtig okay munition haben wir genug die slowdown capsules davon haben wir nicht genug 20 stück reichen erst mal wie viele erinnerte faktor haben wir jetzt 164 ist das schön 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 wie sieht es mit den science dingern aus keine hellblauen tränke woran hapert grüne ärmchen nicht ernsthaft jungens keine grünen chips ja okay das gucke ich mir gleich mal wie viel ist wir haben jetzt 1800 kupferplatten wir haben auch genug draht wir haben nicht noch eisen mal wieder das war wahrscheinlich wegen diesem eng pass hier also die smog wand ist übrigens inzwischen massiv geworden ihr erinnert euch noch das war mal zick zack jetzt ist massiv also es gut dass die basis da weg ist sonst würde sich jetzt schon schnüffeln also wir haben probleme blauen tränken wir haben problem mit eisen allgemein ich denke das eisen fällt da unten ja das eisen fällt da unten schnappe ich mir wie viele wir haben zwei schmelzüfen inventar baumann noch zwei und bau dann bitte noch drei mining drills so das heißt ich brauche jetzt theoretisch eine verbindung bis nach da unten das sind schon einige substations bricht ich mal kurz ab da kommen gleich ganz viele sachen angeflogen ja die schnappe ich mir alle noch substation fünf stück das reicht nicht was fehlt stahl okay ich hätte gern nicht immer 50 stahl vorbildlich sondern den ganzen stack das müssten 200 sein genauso bei den grünen chips das kann ich nicht bringen nee warum habe ich 168 sticks wenn ich nur 100 haben möchte ist ja komisch roboter da kommt der stahl sehr schön stahl zack und dann hätte ich gerne noch mehr davon was mit dir auch du bist fertig sehr gut komm mal her komm mal her es war nicht sehr viel stein irgendwo noch stein dass ich kurz dahinten das hätte ich gerne das war doof daneben genau also ein drill hätte ich gerne dafür so du bekommst so damit wir auch wieder mehr steine bekommen weil steine sind sehr wichtig für die landfill geschichte damit ich die stromversorgung verbessern kann die substation ist schon fertig dafür habe ich keinen stahl mehr ja jetzt habe ich zwei mehr das ist nicht wirklich so viel ich gehe mal nach unten und baue die 10 jetzt auf und dann rufe ich danach weiter also wir wollen einfach nur nach süden oder wahrscheinlich ein noch nach osten nein du ist falsch kein fehler jetzt einbauen so die wand geht schon mal auf also wir können hier die türme hinbauen dann hier eine vierer mauer das ist also soweit okay so da 10 ich hätte eigentlich einfach die ganz großen polls nehmen sollen die haben eine wesentlich höhere reichweite kosten nicht so viel also weiter ich baue jetzt schon so als wenn das hier unten mit zu meiner eigentlichen basis gehören sollte was ja nicht so ganz geplant war eigentlich sollte das wirklich sich auf den inneren bereich beschränken weg 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 genau hier kommen jetzt überall meinen drills hin und ich hoffe mal ich habe genug module wahrscheinlich nicht bei pollution cleaning grüns so nicht versuche es diesmal so zu bauen dass wenn die aktion hier durch ist am ende nicht irgendwo noch ein eisen fitzel rest übrig ist oder wenn dann nur an einer stelle ich brauche aber definitiv mehr meinen schilds dafür die hatte ich aber abgerissen oder abgebrochen indem ich die anderen sachen bauen kann ja so ein pollution blotter wird auf zwölf kommen und dann bitte vier stück davon und danach gucke ich weiter also würde ich so machen und so machen wäre der komplette bereich hier abgedeckt das heißt hier wäre am ende noch so ein streifen über und dort vielleicht die zwei aber das ist vertretbar das heißt ich hätte jetzt gerne die jeweils davor so die bekommen jetzt 33 was so 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 dann hätte ich gerne da noch ein da noch ein ich brauche definitiv noch mehr davon zack die brauchen alle strom kriegen wir das hier mit dem muster hin da würden wir hinkriegen wenn wir da noch einen hinbauen aber dann arbeiten erstmal nur vier von denen eigentlich wollte ich das ja komplett runter machen ne mach es nicht mit muster mach es mit hässlich poles das geht mich auf dann geht es in die mitte und von der mitte aus geht es wieder hier hin da da so nicht du genau du da 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 es fehlt noch einer da mache ich einfach mal so einen rein dann brauche ich noch zwei davon ich brauche noch einen Schmelzrufen und den sollten wir langsam mal anfangen mit dem Abtransport da brauchen wir eine Menge Fließbände für die ich nicht dabei habe und die ich auch nicht so wirklich selber herstellen möchte das dauert mir zu lang wo hin überhaupt einfach nach oben ne ja einfach nur in die Nähe vom RoboPort das wäre boah es ist dunkel überall also ja ich bringe die einfach oben in die Nähe vom RoboPort und die Roboter dürfen das da hin und her fliegen wobei wenn das eh schon hier unten dann in das System eingelagert wird dann werden die es wahrscheinlich eh hier hin fliegen wo ja auch Eisen gebraucht wird das heißt die Roboter müssen nicht von da oben nach da unten fliegen sondern von hier unten nach da das müsste eigentlich okay sein du Ärmchen du Ärmchen du Ärmchen das heißt die legen das auf die rechte Seite ihr legt es zwangsweise auf die linke Seite und so ist alles okay gut ab nach oben sind die Sachen alle fertig oh ja sehr schön dann bau bitte hier noch den da hin gib mir ne keinen Close Insurter bitte gib mir einen ganz normalen Insurter leg den da hin so alle vier arbeiten sollte schon mal einen kleinen Boost geben bei der Eisenproduktion sorgt aber auch dafür dass jetzt hier unten mehr Smog generiert wird aber es sind halt nur vier und es sind keine Fabriken in der Nähe und keine Boiler so wie hier also denke ich nicht dass die Basis da anfängt zu schnüffeln eventuell sollten wir hier in der Nähe noch so nicht Solaranlage sondern eine Radaranlage hier hin bauen damit wir auf dem Laufenden gehalten werden wo die Basen auftauchen gut apropos Basen auftauchen sollte ich ja eigentlich sollte ich jetzt schon wieder losgehen und Sachen kaputt hauen ich werde mir erstmal ein paar Fließbänder schnappen das Ding noch anschließen und dann wahrscheinlich am nächsten Morgen losgehen wir müssten nicht bis bis hier müssen wir hinkommen mit den Fließbändern ja und das ist wichtig damit wir genug Eisen haben und sobald das gesichert ist kann ich auch frohen Mutes losziehen und töten weil ich weiß dass hier zuhause alles einigermaßen gut läuft gib mir schon wieder Sticks aber hör bitte bei 100 auf ich will nicht eine angebrochenen Stack haben Gott danke ähm wie viel Stahl haben wir eigentlich? haben wir auch keinen weil wir keinen Eisen haben ja ok was wollte ich? Fließbänder zack 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 100 äh reichen eventuell schon du bist schon wieder fertig? die Dinger sind so schnell fertig mit dem Stein abbauen das ist doof brauche ich mehr Stein das ist komisch das zu sagen also ein Untergrundbild haben wir ein Untergrundding auch wenn es jetzt nicht so wirklich super wichtig ist aber schaden will es nicht das heißt ich hätte gerne hier runter und da raus damit dann hier später die Mauern hin können die vier kann die ja schon mal so andeuten so dann du da hoch du da durch hier schon hier schon hier schon das heißt wir machen noch ein kleines bisschen höher wo ist das Zeug? da ist das Zeug noch ein kleines bisschen höher dann kommen Ärmchen und die packen das jeweils in rote Gisten die wir nicht bauen können weil wir keinen Stahl haben aber da kommt die Wand aus Eisen sehr schön sehr sehr schön kann ich hier irgendwo Stahl abzwacken? oh ja da oben nicht viel aber genug für eine Kiste ok so dass schon mal du anfangen kannst zu arbeiten auch wenn du bei weitem hinterher kommen wirst ja ne bringt nichts gib mir Stahl verdammt Eisenplatten sind zwar auch schön und gut aber ich habe keinen portablen Schmelzofen da sehe ich Stahl gib mir Stahl habe ich genug für eine zweite Kiste? nein es fehlen drei da kommen noch mal zwei eins wieso eins ihr könnt zwei tragen also weil keine zwei da sind wahrscheinlich Minimum oh und was ich auch gucken wollte wir haben es ja so eingestellt dass nur bei dem hier Roboter eingelagert werden was was warum warum legst du die Roboter nicht da rein das finde ich sehr komisch aber ja das hilft mir schon mal ich weiß jetzt ich habe 18 Construction Bots das heißt sie lasst jetzt frei irgendwie irgendwie ist das sehr kurios ach du hast noch ein so ein Werkzeugding in der Hand gehabt deswegen ging es nicht ah ok jetzt habe ich es verstanden ok also wir haben 20 Construction Bots deswegen haben wir überhaupt keine Aufträge mehr hier das heißt die Construction Bots können jetzt bitte mal den Wald da zerstören den Wald hier den da das da das da weg ein bisschen wie rasieren ist das gerade äh ich glaub der bleibt stehen ne ja ok mach das hier mal alles weg und dann können wir später gucken die ganzen Bäume kommen auch noch weg und dann können wir überall Fabriken hinbauen muahahahaha sehr schön ähm Lasertürme naja das kann ich hier nicht gucken ich müsste zuerst die Gun Chills bauen wir hatten auch noch eine Fabrik dafür bieten wir mal ein Stack davon Dankeschön Chips Sollten wir wenigstens hier im Westen schon mal das Muster zu Ende haben also das Droid Muster so 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 Vielen Dank.